Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NB2. Wie ihr seht, ist das mein iPad 4 in der Smart Case. Aber dazu haben wir auch schon Videos gemacht. Ah, das ist ja so schwierig. Okay, das ist jetzt mein iPad. Wie ihr seht, habe ich da schon gesagt. Das ist jetzt gedreht. Also, ja. Ich werde euch heute das Spiel Food Ninja vorstellen. Das ist das da. Ja. Ja, okay. Jetzt lädt es gerade. Ja. Wie ihr seht, ist das gerade das Start-Milli, wenn ihr das gestartet habt. Also, ich mache jetzt mal ein neues Spiel. Ich bin aber noch nicht so gut da drin. Machen wir einfach mal Classic. Das ist immer noch am besten. Oldschool gibt es leider nicht. Um das mal ein bisschen zu beschleunigen, werde ich bei 30 Punkten oder bei... Ja, da muss man jetzt halt hier mit den Fingern die Früchte zerschneiden. Außer die Bomben. Wenn man die zerschneidet, ist es auch vorbei. Und nach drei fehlgeschlagenen, äh, wenn das an den Nuss, also an den Frucht, runterfällt, dann ist hier so ein Kreuz und dann wird da oben eins drauf gezählt. Und ich kann auch mit zwei Fingern. Und ich habe verloren. Wie gesagt, also ich finde, es ist ein witziges Spiel zwischendurch, aber nach einer Zeit wird es langweilig. Und wie ihr seht, ist das auch gratis, weil da kommt Werbung. Ja, okay, und dann kann man jetzt, habe ich jetzt ach so viele Punkte gekriegt, obwohl ich es so gut war. Ja, dann drücke ich jetzt auf Beenden. Ja, und das war es eigentlich von NB2. Diesmal ein kurzes Video. Okay, und dann tschüss. Viel Spaß beim nächsten Video.